Eine IP-Kamera kann sich auf zwei Arten verbinden, mit einem LAN-Kabel zum Router oder über WLAN. Der Router ist die Verbindung zum Internet. Hierdurch muss jedes Signal, auch wenn es an einen Rechner außerhalb des Heimnetzwerks oder an ein Smartphone gesendet werden soll. Doch lasst uns noch etwas tiefer in die Materie einsteigen. Eine Kamera identifiziert sich im Netzwerk über ihre IP-Adresse. Mit dieser meldet sie sich an einem festen Port am Router an. Diesen darf man sich wie eine Eingangstür vorstellen. Um das Netzwerk zu verlassen, muss das Signal durch den Router zu einem festen Ausgangsport geleitet werden. Dahinter liegt das Internet, dazwischen die Firewall. Der Router selbst identifiziert sich im Internet durch seine WAN-IP. Will man sich jetzt mit einem Smartphone oder einem Rechner auf die Kamera schalten, läuft das Signal durch das Internet zum Router und weiter zur Kamera. Leider bleibt die WAN-IP nicht gleich, sondern ändert sich regelmäßig. Daher gibt es einen DDNS-Server. Dieser gibt dem Router einen festen Namen, die DDNS-Adresse. Unter dieser gleichbleibenden Adresse ist der Router immer erreichbar. Das Signal muss nun nur noch durch die Router-Firewall geleitet werden. Dies geschieht mit einer Port-Weiterleitung im Router-Menü. Jetzt wandert die Anfrage vom Smartphone durch den Router ins Netzwerk. Ist die Kamera im Netzwerk per WLAN verbunden, muss in ihrer Web-Oberfläche der Netzwerkschlüssel hinterlegt sein. Will man nun zugreifen, ist das letzte Hindernis der Nutzername und das vergebene Passwort. Und nun viel Spaß mit ihrer IP-Kamera, ihr Insta-Team.